Verwende eine Sprungfläche bei Lockere Lagune. Also diese Aufgabe hat zwei Phasen. Die erste Phase wäre hier bei der Sprungfläche bei Lockere Lagune zu landen und diese zu benutzen. Wartet aber kurz ab. Also die Phase 2 lautet Legedistanz mit einem Hängegleiter zurück. Insgesamt müsst ihr da 100 Meter zurücklegen. Ich blende euch hier mal auf der Karte ein, wo sich die Sprungfläche befindet und zwar genau hier. Also nutze jetzt die Sprungfläche, öffnet den Gleiter und gleitet 100 Meter. Sobald ihr da die 100 Meter zurückgelegt habt, habt ihr beide Phasen erfolgreich abgeschlossen.